Willkommen zurück zu einer weiteren lebensverlängernden Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir sind hier immer noch unterwegs am Santa Monica Pier und wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, was war das wieder für ein merkwürdiges Geräusch, irgendwelche Killer-Delfine, dann auf jeden Fall bewerten und gerne auch kommentieren. Ja, ich denke, ich habe eine Panik-Attache. Gib mir streng. Bundy, die Dinge haben sehr schlecht gemacht und ohne den Databalken wird es ein viel besser geworden. Also, stop panicking und geht zu den Pier. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Ah, okay. Oh, Bundy ist durch, ja. Na gut, der alte Boondy. Wird wohl nochmal so eine kleine Nachttour. Aber ich wette, man kann das auch alles bei Tag sehen. Da bin ich mal gespannt, da muss ich unbedingt hin. Boots. Boots Ziller ist mal wieder am Start. Oh, Hausengulli und auch noch ein Kanalarbeiter, der immun ist gegen meinen Kram. Das liebe ich. Das liebe ich ja. Hier, bitteschön. Das zum Schlecken. Schleck und weg. Klassiker. Klassischer Schleck und weg. Oh, noch ein Säure-Willi. Ach komm, können wir aber aufhören damit. Muss da jetzt eine Invasion kommen? Anscheinend, ja. Anscheinend muss das jetzt zu so einer Invasionsgeschichte werden. Ey, du hast da was an deinem Fuß. Bam, 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 bam. Dann wärst du einfach mal weggegangen. Dann wärst du vielleicht jetzt noch lebendig, mein Freund. So, jetzt aber hier. Boing. Alter, das hört gar nicht auf. Also du kannst dich ja hier hochleveln, bis zum geht nicht mehr, ne? Mach einfach so ein Alarm an und dann kommen tausend Millionen Zombies und dann bist du eigentlich bedient. Wir verlieren auch hier noch ein bisschen Heilung. Ist der Alarm jetzt vorbei? Alarm over? I don't know. Ah, du bist immun dagegen, aber nicht gegen Strom. Wegen Strom bist auch du nicht immun, mein Freund. Und, ja, Säure, Chemikalien, yes. Chemikalien. Das ist es, was ich will. Und Baseballknuppel? Hatten wir schon mal einen Baseballschläger? Das ist, glaube ich, der erste Baseballschläger, den ich gefunden habe. Ich kann mich an keinen einzigen erinnern. Einen Baseballschläger habe ich auch. Siehst du, ich bin gut ausgerüstet. Wenn die Zombies kommen, I'm ready. Ich bin sowas von bereit, wenn die Zombies kommen. Baseballschläger, Machete. Der Mann hat alles zu Hause. Wer ist denn da eigentlich so mega angepisst, hm? Wer mault hier so mega krass rum? Die Alte da? Echt? Der Schwabbel? Du warst da eben gerade so laut? Sorry. Ich brauche da so ein bisschen was. Ich brauche da so ein bisschen was. Es tut mir ja auch leid. Ich will euch ja eigentlich allen gar nichts tun. Eigentlich seid ihr doch alle ganz nett und wollt auch nur so durch die Gegend schlürfen. Ich kann das voll verstehen. Aber irgendwie müsst ihr dann halt doch weg am Ende, ne? Ach, warum ist da ein Alarm? Oh, boah, no. Die Kellnerin will mich naschen. Sorry. Flirt mit der Kellnerin. Klingt verlockend, aber nicht, wenn's Zombies sind. Trust me. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt machen wir mal hier Feierabend. Kann man hier irgendwo eine Sicherung rausziehen? Na, aber die haben Chemikalien. Guck mal, hier brennt doch alles. Lady. Sie kommt wenig zu spät. Okay, jetzt ist das Ding aus. Jetzt, wo ich die ganze Horde weggekloppt hab, ne? Aber die Details in dem Spiel sind echt gelungen. Das sieht alles immer sehr, sehr schick aus. Bam! Wo ist denn der Safe? Ach, das ist die Kiste da drin. Ja, und was brauche ich dafür? Einen Schlüssel. Luigis. Hier brauche Luigis Schlüssel dafür. Aber ich hab ihn nicht. Mario? Oh, jetzt wird's, glaube ich, richtig crazy. Und wo ist Bundy? Ist es da hinten, Mr. Bundy? Mr. Boondy? Al Boondy? Ich bin Amerikaner. Ja, Mr. Boondy. Ach, Al bei der Führerscheinstelle. Klassiker. Kennen das die Leute überhaupt noch? Ja, das ist wirklich Boondy. Al Bundy bei der Führerscheinstelle. Boondy. Nehmen wir dieses Immigranten. Das war noch ein zeitloser Humor. Kann man immer drüber lachen, ne? Wow. Was ein Timing, mein Freund. Was ein Timing. Knarren sind mega OP, ne? Haben sie genau anders gemacht wie im Original so. Schade, dass Bundy zu so einem riesigen, aufgequollenen Goliath geworden ist. Es tut mir auch leid für ihn. Aber hey, jetzt hast du es hinter dir. Was ist das plötzlich für eine Chlueido-Musik, die da im Hintergrund läuft? Hörst mir noch eine Limo zischen. Infiziertes Fleisch. Die und ihre Schlüsselkarten. Klingt nach einem soliden Plan, aber wir beide wissen, so leicht, wie du dir das vorstellst, mein Freund, wird es am Ende garantiert nicht. Mann, hier ist ja niemand. Nicht mal Personal. Hier ist wirklich alles weg. Boah, hätte ich doch nur Sicherungen. Da muss ich unbedingt nochmal hin und Sicherungen rein dudeln. Irgendjemand pullt schon wieder. Da hat jemand fiesen Säurestuhlgang. Ganz, ganz fies. Alright. Ja, und hier ist wieder Kram, wo wir nicht mitnehmen können. Also geht's hier weiter. Ocean Park. Oh oh. Oh, wenn man eine Kackwurst im Blumenbeet hat, ne? Strom ist immer noch das Geilste. Strom und Säure. Feuer ist immer so ein bisschen, joa. Boah, voll in mein Gesicht. Und das nicht auf die nette Art. Entry 1487. Hi. Statt deinen Namen, please. Ähm. Sorry. Muss ganz kurz das zerlegen. Njump. Gibt eh nichts. Okay. Ist das ein Kraschapp? Geh zurück. Habt ihr Alkohol in den letzten 24 Stunden? Nein. Sind Sie gerade auf irgendwelchen Medikations? Nein. Gut. Dann wird das nur einen Moment nehmen, und du kannst die anderen. Wir haben noch einen, und du kannst die anderen finden. Wer hat noch jemanden gefunden? Wer hat noch jemanden gefunden? Das ist ein Kaffee. Klar. Aber wenn du, wenn du jemanden gefunden hast, dann kannst du ihn sofort wissen. Lange. Wie ich weiß. Ich komme zurück. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. Stopp. Stopp. Geh zurück zum Bier. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh. 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 Irgendwie enden diese ganzen Aufzeichnungen sehr, sehr saftig. Und die haben auf Nicht-Zombies eingeschossen. Brutalinski. Bugged loh Fischschlüssel erforderlich. Geh. 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 Jo, was geht hier ab? Kommst du zu mir, oder muss ich Cluedo mäßig Boom Boing, boing Komm schon Irgendwann ist doch der Helm mal unten Kann doch nicht so fest sitzen, das alte Ding Alter Alter So einen widerlichen Zombie hab ich noch nie gesehen Inventar ist schon wieder voll, ja, aber Alter, der Schlagstock ist ja brutal Der ist so, so dumpf Und so Einfach nur brutal Whams Die haben ja jetzt vor 5 Tagen, glaube ich Auch Dying Light 2 nochmal brutaler gemacht Die haben da so ein Gore-Update rausgehauen Finde ich irgendwie ganz witzig War das so eine Art Reaktion Auf Dead Island So dass man sich gedacht hat, oh jetzt kommt das Spiel raus Das ist deutlich brutaler als unseres Sollen wir nochmal irgendwie nachlegen Ja, komm Lass mal noch ein Gore-Update bringen Ich mein, ich find's gut Hey, Gore, warum nicht Gimme dat Gore Ja, wir waren damals in einer Spielhalle Gibt's ja auch Videos Das ist sie, ja, das ist sie Geil Da wurde gedaddelt Das coole ist Da ja Glücksspiel illegal ist Hat man halt wirklich auch nur mit Credits gespielt Also es war nicht so, dass man da mit Geld Dudeln konnte Natürlich hat das auch Geld gekostet Ja, aber sie wollten halt nicht diesen Du kannst Geld gewinnen Faktor drin haben Du konntest halt nur Preise gewinnen Wie man's halt kennt Vom Rummel oder Von Centerparks Gibt's auch sowas Da haben wir auch damals im Urlaub gedaddelt Ja, also nur sowas geht Komm ich hier nicht durch? Na gut, wo war die blutige Tür? Irgendwo hier, ne? Nimm mich mit auf den Rummelplatz Okay Strom an Hab ich's gelootet? Ja Neue Karte haben wir hier bekommen Oh Okay Tombola Cool Ah, screw this No, 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 no Wakanda At least I'll be able to see where I'm going Wakanda Jo, ist hier jemand? Was? Spiele eins bereit Töte sie alle Witzig Alter, was ist das hier? Der Elektro Edition? Ist das irgendwie der Elektro Screamer? Gibt's jetzt noch so neue What? Ja Ja, der kann schreien Und Elektro Das ist mal angekotzt Finde ich nicht cool Dass wir jetzt noch so ein Kram können Didi dididi 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 didididi didi dididedidididididit Thank you, my friends J, J, J? Ich dachte, du wärst nur J, J. So. Boah, cool. Ich find's cool. Kann man da durch? Die alte Stromlippe hier. Wo muss man da lang? Hier durch? Nee. Hier? Yes. Yes. Bam. Der Strom ist gerade ganz schön beliebt, kann das sein? Alle Zombies spratzeln. Boah, die Schiffsschaukel. Bin leider voll. Ich würde gerne einmal mit der Schiffsschaukel hier ne Runde drehen. Aber ist leider nicht drin, ne? Oh, hier können wir noch rein. Ich habe einen verdammt großen Hunger auf Chemikalien. Ist das die Sicherheit? Na, mit dem Knüppel kannst du ihn halt richtiges Gesicht runterpellen, ne? Der ist krass. Aber der ist so träge, obwohl er eigentlich eine recht lockere Waffe ist. Bam. Hat den fast nicht gejuckt. Oh, Lady. Du versaust mir gerade meine Tour. Jump a liar. Die ist ja immer noch am Leben, oder? Ah, ne, ist der andere. Ist die Schwester. Yikes, yikes. Ey, es eskaliert hier ganz schön. Er hat ein Ärmchen verloren. Er hat ein arme Schwein. Oh, da kommt ein Sprengmeister. Bye, bye. Du sagst es, mein Freund. Alter, die hat schon so viel Säure auf die Lippe bekommen. Ey, er war ja auch komplett naked, ne? Was ist das denn hier für einer? Ach, das ist einer ohne Maden. Okay, nice. Lange nicht mehr einen ohne Maden gesehen, du. Auch mal wieder frischend, einen von deiner Sorte zu sehen. Ich liebe es. Boah, hier liegt jede Menge geiles Zeug rum. Was könnte ich dafür denn abstoßen? Level 20. Level 21, ja komm. Ja, du hast auch ausgedehnt. Sorry, Kumpel. Irgendwann ist es halt vorbei. Der Kram hier ist leider ein bisschen höher vom Level. Schon wieder Inventar voll? Ach, da war nur eine Maschinenpistole. Hm. Den Baseballschläger würde ich gerne testen. Ich hatte noch nie so einen. Deswegen smashe ich den hier noch nicht weg. So, wie kann ich dich jetzt deaktivieren? Ich habe den Manager gekillt. Hier ist sonst nichts mehr. Na doch, hier ist nochmal... Oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Und Bargeld. Immer 30. Ihr habt ja noch 30 Kröten in der Hose. Gut. So lassen wir es mal stehen. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Dann geht es weiter. Hier beim wunderschönen Santa Monica Pier. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.